Kommt doch schon wieder so abbrüllt, aber wo ist denn der? Hier ist er. Ist aber Gottmeier jetzt hier. Was machst du denn da raus und ich geh den Klo holen? Ja, ich beschütze dich. Ist in dir die Lage. Ich hab keinen Bock, dass die Hälfte nicht da oben geht. Deswegen werd ich mich ganz langsam vor und verreden. Ich hab auch so'n Gaul. Wenn ich jetzt Alarm schlage hier, dann sind alle alarmiert. Oh. Okay. Ich bin Meter an den Fressen und Zombies vorbeigekrochen, die haben mich nicht bemerkt. Geilo. Das war jetzt gut. Was? Wie einfach nicht der Biber auf Crack. Ihr seid heute so verpeilt, wie einfach nicht der Biber auf Crack. Hast den Kniebogen ja, ne? Ja. Wir können weiter. Hast du nach der Kasse geguckt? No. Da war keine. Pass auf! Da ist ein Pferd. Ich fress mich jetzt. Nein. Nicht töten. Wir holen uns sonst. Toll. Jetzt hast du uns verraten. Jetzt können wir gehen. Guck, jetzt hast du alles aufgeschreckt. Jetzt kommt noch die HALF. Ja. Auch die Vögel. Ja. Super. Komm schon her. Hier. Kommt her. Ich bin wieder. Kommt zu uns. Ein bisschen blöd. Ja. Ja. Wenn wir jetzt so einen Heser kriegen, knall die Stehle. Was? Ja. 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 Ich schlech mich hier mühevoll durch und du schreckst alles auf. Wirklich alles. Eieieiei. Alter Spiele. Warum schleicht denn du auch? Es sind doch keine Gegner da. Ey. Das war Gewohnheit. Erst den Gaul. Dann die Zombies. Dann die Hype. Dann die Raben. Dann kam der Dicke. Dann mehr oder weniger. Dann machst du ja noch Leuchtfeuer. Ja. Das muss zu sein. Entweder Leuchtfeuer oder ich hätte die Glocke geläutet. Eins von beiden.